Guten Morgen und willkommen zum Update Wirtschaft aus der Frankfurter Wertpapierbörse. Großer Tag heute hier. Es tagt die Europäische Zentralbank, genauer gesagt der Rat der EZB. Und es geht um nicht weniger als die Zinspolitik der nächsten zumindest Wochen, wenn nicht Monate. Denn es stehen jetzt Zinssenkungen an. Ein Thema, das Anleger viel beschäftigt. Das wird auch der Schwerpunkt in dieser Sendung sein. Denn die Zinssenkungen beschäftigen nicht immer nur den Finanzmarkt, sie betreffen auch unser aller Leben. Und wie genau, das wollen wir dann im Verlauf dieser Sendung ein bisschen eruieren. Und normalerweise, wer die Sendung kennt, weiß, wenn die EZB in diesem wunderschönen Hochhaus hier in Frankfurt am einen Tag, dann haben wir morgens hier den Kollegen Klaus Rainer-Jakisch aus unserer Redaktion, unseren EZB-Spezialisten auf dem Parkett. Nun sind sie aber nicht in Frankfurt, sondern im schönen Jubelianer. Die EZB macht das so, dass sie sich immer wieder einmal auch in Mitgliedstaaten trifft. Und im schönen Jubelianer ist der Klaus Rainer-Jakisch uns jetzt zugeschaltet. Und ich frage mich, warum er nicht vor diesem wirklich traumhaften Schloss steht. Ja, schönen guten Morgen in der Tat. In der Nähe von Lobelianer sind wir hier in einem wunderschönen Park. Aber Sie sehen, das Wetter ist nicht allzu gut. Und wie immer ist bei der Europäischen Zentralbank die Sicherheit allerhöchstes Gebot. Und deshalb können wir Ihnen leider nur das Konferenzzentrum, was Sie bei mir im Hintergrund sehen, zeigen, wo der EZB-Rat in der Tat seit gestern tagt. Und nicht das schöne Schloss, was hier nur wenige Meter entfernt ist. Denn dort ist leider alles abgesperrt. Klaus, dann kommen wir zur nächsten wichtigen Frage, die wir zu klären haben. Nämlich, wie wird dieser Schritt denn jetzt ausschauen? Die EZB wird vermutlich eine Zinssenkung verkünden heute Mittag, kurz nach 14 Uhr. Wird das ein großer oder ein kleiner Schritt? Also im Moment gehen die Beobachter von einem kleinen Schritt aus. Das heißt, die Leitzinsen werden voraussichtlich um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Aber es gibt einige Volkswirte, die halten auch einen großen Schritt für möglich, also 0,5 Prozentpunkte. Aktuell ist ja der wichtigste Leitzinssatz bei 3,5 Prozent. Das ist der Einlagenzinssatz, also der Zinssatz, zu dem Banken, wenn sie Geld bei der EZB parken, eben Zinsen bekommen. Früher gab es einen anderen, den Hauptleitzinssatz, der eigentlich der wichtigste war. Aber durch die Finanzkrise und die Corona-Krise und vielen anderen Krisen hat sich das ein bisschen verschoben. Man orientiert sich also an diesem Einlagezinssatz. Und der könnte dann eben auf 3,25 oder möglicherweise auf 3 Prozent sinken. Und das hat dann natürlich in der Tat deutliche Folgen für uns alle. Ja, diese Volkswirte, die ja den größeren Schritt erwarten, die projizieren ja auch darauf, dass die Inflation zuletzt auch unter die Rate gesunken ist, die von der EZB eigentlich angesetzt wird. Und diese zwei Prozent, die berühmten. Wie schaut es da aus? Die Inflation ist ja nicht gleich Inflation. Da haben Sie völlig recht, Samir. Es ist so, dass die Inflation eigentlich allen Beobachtern ein großes Kopfzerbrechen macht. Wir wissen ja, dass sie sehr, sehr stark gestiegen ist nach Corona und zeitweise in der Eurozone deutlich über 10 Prozent lag. Dann ist sie deutlich gefallen. Und in den letzten Monaten ist sie interessanterweise deutlich stärker gefallen, als man das gedacht hat. In der Eurozone liegt sie im Moment bei 1,8 Prozent, also unter dem 2-Prozent-Ziel, das die Europäische Zentralbank anstrebt. Und in Deutschland ist sie sogar nach der deutschen Berechnung auf 1,6 Prozent gefallen. Aber das ist ein bisschen trügerisch und trickreich, denn die jetzige Inflation, die hat es wirklich in sich. Und die Präsidentin Christine Lagarde hat ja auch schon gesagt, es ist ein wirkliches Biest, dem man das Genick brechen muss. Und genau hieran scheiden sich im Grunde die Geister, nämlich die Frage, hat man diesem Biest tatsächlich schon das Genick gebrochen oder nicht? Und da gibt es viele, viele Indizien, dass das nicht der Fall ist. So ist zum Beispiel die Inflation im Dienstleistungssektor ganz stark, weiterhin bei 4 Prozent. Das seit vielen Monaten, da bewegt sich gar nichts, liegt also deutlich über dem Ziel. Die sogenannte Kerninflation, die für die Notenbänker ganz wichtig ist, da rechnet man dann die Preise für Energie und Nahrungsmittel heraus, die liegt auch deutlich über 2, bei 2,7 Prozent. Und was auch deutlich immer noch zu sehen ist, und das merken wir Verbraucherinnen und Verbraucher, im Supermarkt die Lebensmittelpreise, nicht nur, dass es keine Entspannung gibt, damit war sowieso nicht so zu rechnen, aber zeitweise und teilweise ziehen auch die weiter deutlich an. Also es gibt wirklich viele Indizien dafür, dass das Genick dieser Inflation noch nicht gebrochen ist. Und das ruft natürlich im Grunde die Skeptiker hervor, die eben auch davor warnen, dass man hier zu schnell, zu stark die Zinsen senkt. Und diese Zeckpiker, die scheinen auch innerhalb der EZB zu finden sein. Das ist ja ganz interessant, die Europäische Zentralbank ist ja eigentlich über Jahre hinweg dafür bekannt gewesen, dass sie alles sehr unterm Deckel hält. Jetzt äußern sich die verschiedenen Bankpräsidenten, Joachim Nagel beispielsweise, der war ja offen für die nächste Zinssenkung. Sein österreichischer Kollege hat dann einen Tag später gesagt, eigentlich seiner Meinung nach eher nicht so. Wie ist denn da die Stimmung intern in diesem Rat? Ja, da gibt es in der Tat einige Spannungen. Und interessanterweise verschieben sich da im Moment sozusagen auch die verschiedenen Sektionen und das gemeinsame Vorgehen. Eigentlich war es so, dass der österreichische Notenbankpräsident, den Sie gerade genannt haben, Robert Holznagel, dass der immer ein ganz scharfer Vertreter einer harten Geldpolitik war und das auch weiterhin ist. Das liegt vor allem daran, dass Österreich wirklich besonders stark unter der hohen Inflation gelitten hat. Das ist ja ein Nachbarland hier in Slowenien. Und dass es dort weiterhin auch große Probleme gibt, auch wenn dort die Inflation gesunken ist. Unser Bundesbankpräsident, Joachim Nagel, der war ja immer auch ein stärker Vertreter dafür, dass man vor allen Dingen die Inflation bekämpft und dementsprechend die Zinsen deutlich senkt. Doch jetzt hat er in seinem letzten Interview deutlich gemacht, dass er durchaus auch offen ist, dass es weitere Zinssenken oder zumindest heute eine weitere Zinssenkung gibt. Das hat Robert Holznagel sicherlich nicht gefallen und alle die, die zum Lager der Falken, also der Hardliner, gehören. Und das ist deshalb sicherlich so, dass Joachim Nagel hier ein bisschen die Fähnchen gewendet hat, weil er sich natürlich große Sorgen um die Konjunkturmacht, insbesondere in Deutschland. Die steuert eben nun auf das zweite Jahr Rezessionen eben zu. Und der Punkt ist natürlich, das gilt auch für die gesamte Eurozone, dass die hohen Zinsen natürlich Unternehmen schon große Probleme machen, weil sie natürlich Investitionen teuer machen und dementsprechend die Wirtschaft nicht ankurbeln. Also wir sehen so ein bisschen einen Schwenk von der Inflationsbekämpfung hin zur Konjunkturstimulierung, was nicht das Hauptziel, aber ein Nebenziel der Europäischen Zentralbank ist. Und das dürfte die Debatte dieses Mal sehr stark eben hier ja insgesamt tatsächlich konzentriert haben. Darauf hat man sich konzentriert. Und das führt natürlich dann auch zu Spannung, weil natürlich viele Länder doch lieber eher noch eine harte Linie hätten. Jetzt lassen wir uns noch ganz kurz über diese Kombination mit den amerikanischen Kollegen reden. Die US-Notenbank Fett ist ja auch eine, die wir nur wirklich immer intensiv beobachten. Deswegen, inwieweit spricht man sich von Seiten der EZB dorthin ab? Wir sehen ja zuletzt auch den Eurokurs, der dann inzwischen schon unter 1,09 Dollar gefallen ist, weil die Amerikaner einen großen Schluck aus der Pulle genommen haben. Wenn die Europäer die Zinsen vergleichsweise höher halten, wäre es ja nicht so gut für den Euro. Das ist richtig. Offiziell ist die Haltung der Europäischen Zentralbank ja, dass sie keine Devisenpolitik macht. Das heißt, dass, also nach offizieller Lesart, dass man sich im Grunde um den Eurokurs nicht besonders groß kümmert. Aber das stimmt natürlich nur halb. Fakt ist natürlich, dass man durchaus ein Interesse daran hat, dass der Eurokurs nicht allzu stark ist. Und man sieht das mit gewissem Wohlwollen, dass der Eurokurs sinkt. Denn dadurch werden natürlich insgesamt hier auf den internationalen Märkten durchaus auch einige Vorteile erzielt. Aber sie haben ja eigentlich angefragt, ob es eine Absprache zwischen den Banken gibt. Auch dort die offizielle Lesart. Nein, das ist nicht der Fall. Man will also sich da unabhängig geben und unabhängig halten. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich ständig auch dort Beratung. Und man schaut natürlich, was der eine oder andere macht. Wenn der Eurokurs niedrig ist, dann bedeutet das natürlich, dass die Exporteure ihre Waren günstiger auf den Weltmärkten verkaufen können. Das könnte die Konjunktur ankurbeln. Und das könnte dementsprechend ein durchaus willkommener Nebeneffekt sein der gegenwärtigen Zinspolitik. Allerdings würde man natürlich diesen Vorteil in der Tat dann auch wieder reduzieren, wenn man heute die Zinsen möglicherweise sogar relativ stark sinken lassen würde. Klaus-Haner Jakisch, unser Kollege aus der ARD-Finanzredaktion, heute in Ljubljana. Danke für diese Einblicke. Und wir werden um 14.15 Uhr ganz konkret zur Kenntnis nehmen dürfen, wie sich die Hüter der Währung in Ljubljana entschieden haben. Dann wird nämlich die Zinsentscheidung tatsächlich verkündet und an den Märkten bekannt gemacht. So, ich habe es eingangs schon gesagt, das ist ja ein Thema, das nicht nur die Finanzmärkte oder die Wirtschaft an sich beschäftigt, sondern auch am Ende immer bei uns landet. Nicht nur wegen der Zinsen, sondern weil es Auswirkungen auf ziemlich jeden Lebensbereich hat. Einer davon sind die Immobilienwerte. Und darüber hat sich unser Kollege Nikolaus Lieven in der Wirtschaftsredaktion bei NDR Info in Hamburg schlau gemacht. Schönen guten Morgen. Also auch die Hypothekenzinsen haben ja zuletzt mit den gesunkenen EZB-Zinsen nachgegeben. Kurze Frage, weil der Immobilienmarkt ja etwas schwierig war. Ist die Kreditenachfrage jetzt im Gegenzug gestiegen? Hat man wieder nach Krediten nachgefragt für Immobilien? Ja, ging ja in diesem Jahr eher lahmlos. Und jetzt aber haben wir neue Daten bekommen von der Bundesbank fürs dritte Quartal. Und da muss man sagen, gerade bei den Privatleuten ist es so, dass die doch verstärkt nach Krediten, nach Immobilienkrediten fragen. Die Banken sagen, die Nachfrage ist so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr. Und man muss sich einfach nur den Kreditverlauf oder den Zinsverlauf anschauen. Wir hatten im vergangenen Jahr bei einer zehnjährigen Laufzeit Zinsen, die lagen so bei 4,2 Prozent. Jetzt sind es 3,3 Prozent. Jetzt nehmen wir einfach mal so einen durchschnittlichen Immobilienkredit. Der liegt zurzeit bei ungefähr 400.000 Euro. Da hat man vor einem Jahr alleine für die Zinsen monatlich ungefähr 1.400 Euro bezahlen müssen. Jetzt sind es ungefähr 1.100 Euro. Also das macht schon richtig was aus. Und wenn wir jetzt hier unsere Immobilien-Spezialisten fragen, dann sagen die, na, ist schon ein bisschen besser geworden, aber Trendwende ist das noch nicht. Wo ist der Haken? Es gibt wie immer eine ganze Reihe von Haken. Der eine Haken ist natürlich, dass die Immobilienpreise gesunken sind in den vergangenen Jahren. Das haben wir mitbekommen. Aber die ziehen eben in der Zwischenzeit auch wieder an, vor allen Dingen in den Metropolen, vor allen Dingen in den besseren Lagen. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass die Handwerkerleistungen unter anderem teurer geworden sind. Alleine im vergangenen Jahr gab es einzelne Bereiche, da ging es um 15% nach oben bei den Malern. Es gibt so ein Jahrstundenlohn-Atlas. Und da muss man einfach sagen, zurzeit Handwerkerstundenlohn so zwischen 60 und 70 Euro, zum Teil auch noch deutlich darüber. Und deswegen ist auch die Höhe des durchschnittlichen Immobilienkredits dann deutlich gestiegen in den vergangenen Monaten um ungefähr 10%. Und nur werden viele sagen, naja, die Zinsen sinken doch, was soll's, dann kann man es darüber wieder auffangen. Aber ich sage immer, wenn Klaus Rainer Jackisch nicht genau weiß, wo die Zinsen hinlaufen, und das haben wir gerade gehört, dann weiß es niemand. Und da muss man einfach sagen, die einen sagen, ja, die Immobilienzinsen werden nochmal fallen, die anderen sagen, nee, nee, die Inflation kommt möglicherweise wieder zurück. Also ich würde nicht darauf setzen, dass es nochmal deutlich nach unten geht. Ja, heißt dann für Orthonormalverbraucher jetzt kaufen oder die doch noch warten? Gut vorbereiten, das ist die Antwort. Also der Punkt ist natürlich, dass man sich nicht treiben lassen sollte von irgendwelchen Prognosen. Erstmal zur Bank gehen, was kann man sich leisten beim gegenwärtigen Zinssatz, das ist ganz wichtig. Dann das richtige Objekt aussuchen, mit dem man auch glücklich werden kann. Gebäudesachverständigen mitnehmen, einmal schauen, ob das auch wirklich alles trägt. Und dann vor allen Dingen die Zinsen vergleichen. Es gibt doch erhebliche Unterschiede am Markt. Und wie gesagt, schon 0,1 Prozentpunkt macht schon richtig was aus. Und dann, ganz wichtig, nicht schön rechnen. Ich habe mit Kreditvermittlern gesprochen. Es gibt immer noch eine erhebliche Anzahl von Kunden, die nur mit einem Prozent tilgen pro Jahr. Da bleibt einfach am Schluss dann noch, wenn die Zinsbindung mal ausläuft, beispielsweise nach zehn Jahren, da bleibt einfach noch sehr viel vom Schuldenberg übrig. Weil man plötzlich die Anschlussfinanzierung vor sich hat, mit höheren Zinsen. Exakt, mit unterhöheren Zinsen. Und wenn der Zinssatz dann steigt auf fünf oder sechs Prozent, dann hat man echt das Problem, wenn der Schuldenberg noch richtig hoch ist. Und der zweite Punkt ist immer der sogenannte Beleihungswert, auch wichtig. Gerade wenn man viel getilgt hat, dann geht der Beleihungswert dann letztendlich oder der Anteil nach unten. Und da setzen die Banken natürlich drauf. Wenn meine Immobilie 400.000 Euro kostet und ich muss aber nur noch in Anführungszeichen 60 Prozent, 240.000 Euro finanzieren, dann ist die Bank auf der sicheren Seite. Das zahlt sich dann aus, letztendlich bei den Zinskonditionen. Wenn die Immobilie 400.000 Euro kostet und ich muss 400.000 Euro finanzieren, dann wird es teuer. Dieses Risiko lassen sich die Banken einfach bezahlen. Jetzt haben wir viel über die gesprochen, die einen Hauskauf möglicherweise planen und sich vorbereiten. Es gibt aber ja viele Menschen, die jetzt gerade in diese Situation kommen, wo die Anschlussfinanzierung fällig wird. Weil man die niedrigen Zinsen vor zehn Jahren wirklich genutzt hat, Haus gebaut oder gekauft hat. Und jetzt sind die zehn Jahre rum, die Anschlussfinanzierung ist fällig. Kann man da schon Tipps geben, wie man sich da verhalten sollte? Also das wird ein Problem werden. Ich habe mit den Kreditvermittlern gesprochen und die haben gesagt, im Augenblick noch nicht. Im Augenblick können es viele noch gut abfedern, aber das wird zunehmend ein Problem werden. Wenn wir zurückblicken, der Zinssatz, zehnjährige Laufzeit lag da bei 1,9 Prozent. Zurzeit sind es wie gesagt 3,3 Prozent. Das spürt man schon richtig, wenn man nicht ordentlich abgetragen hat. Und jetzt müssen wir einfach mal zurückblicken und schauen, bis zum Jahre 2022 ging der Zinssatz nach unten. Wir hatten am Schluss Hypothekenzinsen von unter einem Prozent. Und nun kann man sich vorstellen, wenn der Zinssatz dann bei der Anschlussfinanzierung vielleicht bei drei oder vier Prozent liegt, dann geht das richtig ans Eingemachte und dann muss man das irgendwie schaffen. Man kann eigentlich nur den Tipp geben, rechtzeitig mit der Bank zu sprechen, möglicherweise auch ein Vorwartdarlehen abzuschließen. Das kann man, also quasi das Darlehen schon, den Zinssatz schon sichern, fünf, fünfeinhalb Jahre im Voraus. Das ist heute möglich. Wie gesagt, zurzeit noch kein so großes Thema bei den Kreditfinanzierern oder Vermittlern. Aber ich befürchte, das wird noch ein großes Thema werden in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren. Nikolas Lieden aus unserer NDR Info Wirtschaftsredaktion. Herzlichen Dank für diese Übersicht. Und wir haben es ja gerade eben gehört, wenn selbst Klaus Rainer Jackisch noch nicht einmal weiß, wohin sich der Zins entwickeln wird, dann wissen es die restlichen Marktteilnehmer hier natürlich auch nicht. Sprechen hatten wir die letzten Tage ein bisschen Zurückhaltung, kurzes Rekordhoch am Anfang der Woche. Aber gestern war der Handel ein bisschen flau, wenn man das so sagen möchte. Deshalb schauen wir mal, wie der DAX jetzt tatsächlich wenige Stunden vor der Zinsentscheidung sich hier entwickelt hat. Er hat inzwischen logischerweise in den Tag gestartet. Bei 19.527 Punkten steht er jetzt kurz nach Handelsbeginn. Also ein halbes Prozent im Plus. Man geht also hier schon ziemlich sicher davon aus, dass die EZB, dass der Rat eine Zinssenkung beschließen wird. Und im Endeffekt ist es dann auch erst einmal egal, wie hoch dieser Schritt wird. Hauptsache es geht in die richtige Richtung. Das stellt nicht nur die großen Investoren vor, die das entscheidende Frage, wohin mit dem Geld, sondern auch diejenigen, die jetzt angesichts sinkender Zinsen natürlich gucken müssen, wie sie ihr Geld vermehren können, wenn sie es denn nicht nur anlegen, sondern irgendwo lagern oder aber auch anlegen möchten. Deshalb ist Ali Massarwar zu uns gekommen von Investor. Schönen guten Morgen. Ja, was tun mit dem Geld, das ich jetzt noch zurückgehalten habe und zuletzt vielleicht auch nicht angelegt habe? Anlegen, alles raus, jetzt alles in Aktien, die ja momentan total beworben werden? Also grundsätzlich sind alles oder Nichtsentscheidungen meistens nicht ganz so gut fundiert. Vielleicht fühlt man sich als Anleger da auch nicht besonders gut mit, wenn man plötzlich alles auf Aktien setzt. Dann hat man ja vorher wahrscheinlich was falsch gemacht. Nee, also es geht, glaube ich, darum, die Anleger dort abzuholen, wo sie sind und was sie an Risiken tolerieren. Und da kann man sagen, es gibt Gewinner und Verlierer, wenn jetzt die Zinsen weiter sinken. Die Verlierer sind die, die ihr Geld in kurzfristige Zinsanlagen gesteckt haben. Das sind Tagesgeldkonten, das sind auch Niedrigverzinsesparbücher. Es ist absehbar, dass die Banken sehr schnell die verschlechterten Zinskonditionen an die Anleger weitergeben, die zum Beispiel ein Tagesgeld anlegen. Das ist auch übrigens schon seit gut sechs Monaten der Fall. Also wir hatten vor sechs Monaten noch keine Zinssenkung durch die EZB. Proaktiv haben die Banken allerdings die Zinsen auf Tagesgeld schon mal gesenkt. Und ich glaube, wir sind jetzt bei ungefähr zweieinhalb Prozent, obwohl der Zins ja noch bei dreieinhalb Prozent liegt, wie wir da wissen. Insofern, da kann ich Anlegern nur dazu raten, sich nach Alternativen umzuschauen. Also wer heute im Tagesgeld investiert oder sein Geld parkt, der sollte sich in Richtung Geldmarktfonds oder Geldmarkt-ETFs umschauen. Weil dort ist diese Transmission vom EZB-Zins zu den Konditionen, die der Anleger bekommt oder die Anlegende, sehr viel unmittelbarer. Das heißt, der EZB-Zins liegt bei dreieinhalb Prozent. Wenn Sie einen Geldmarkt-ETF oder einen Geldmarktfonds halten, werden Ihnen diese Konditionen recht gut wieder gespiegelt. Deswegen ist das eigentlich jetzt die Zeit, und zwar ohne Zusatzrisiko, von Tagesgeld zu Geldmarktfonds und Geldmarkt-ETFs zu wechseln, die auch Sondervermögen sind. Ganz kurz letzter Satz. Das sind Fonds, das sind Sondervermögen, die sind insolvenzgeschützt. Das heißt, da muss man auch nicht die 100.000-Euro-Grenze beachten, wie man es ja bei Tagesgeld macht. Da sind ja viele Leute im Sport-Tagesgeld-Hopping aktiv. Das muss man nicht machen, weil Geldmarktfonds sind Sondervermögen, insolvenzgeschützt, kein Problem. Genau, die sollten wir vielleicht nochmal erklären, weil Geldmarktfonds ist etwas, was man in der Regel so nicht auch gleich direkt angeboten bekommt. Das ist dann eine Art der Geldanlage, die nicht so weit verbreitet ist, die viele ja auch nicht kennen. Vielleicht können Sie es nochmal kurz erläutern, was sind Geldmarktfonds tatsächlich? Das sind Töpfe. Also ein Fonds ist ja quasi ein, wenn man so will, ein Sammeltopf, wo ganz verschiedene Wertpapiere reinkommen. Das ist bei Geldmarktfonds und ETFs auch nicht anders. Das sind sehr kurzlaufende Anleihen, die aus ganz verschiedenen Quellen kommen, die aber eines gemein haben, sie sind sicher und sie haben sehr, sehr kurze Laufzeiten. Und deswegen sind die in der Lage, den EZB-Zins relativ zielgenau auch darzustellen. Man kann auch, wenn man einen Ticken mehr Risiko nimmt, also vielleicht ein bisschen weniger Bonität hat, deutlich mehr kriegen. Also man kann dann durchaus 0,5 Punkte auf den Geldmarktzins bekommen, ohne große Zusatzrisiken. Das sind Instrumente, diese Geldmarktfonds und ETFs, die Konditionen widerspiegeln, die man als Anleger, Sie haben es selber gesagt, so nicht wieder selber direkt eingehen kann. Insofern ist es eine ganz, ganz tolle Alternative zu Tagesgeld. Von Girokonten und Sparbüchern wollen wir gar nicht erst reden, weil da gibt es keine beziehungsweise kaum Zinsen. Eine Zahl nur, es sind ja knapp 3.500 Milliarden Euro, die in diesen niedrigverzinslichen Konten schlummern. Ob es jetzt Sparbücher sind, die würde ich jetzt dazu rechnen, weil da ist der Zins wirklich absolut vernachlässigungswert. Also Sparer, die jetzt mit schlechteren Zinskonditionen konfrontiert sind, sollten zügig den besten Deal für sich rausholen, indem sie einfach den Geldmarkt anzapfen. Da gibt es Angebote für jedermann. Und eins wollen wir nochmal herausstellen, denn diejenigen, die bisher das Geld auf dem Sparbuch haben liegen lassen, sind eher, sagen wir mal, so die konservativen Anleger, da kann man es, glaube ich, bezeichnen. Das sind welche, die eher auch im Anleihen gehen würden. So, das ist ja das, was jede Bank in das Handelshaus auch beobachten kann. Gibt es da Unterschiede, die man beachten sollte? Einen Run haben wir ja zuletzt gesehen auf europäische Anleihen, weil es schlicht und ergreifend höhere Zinsen gab. Genau, das ist jetzt eine Stufe höher. Also wir haben jetzt erstmal von dem wirklich sicheren Zins gesprochen und wie man den am besten einfangen kann als Investor. Die zweite Sache ist, jetzt kommen wir zu Anleihen. Da sind dann größere Risiken auch im Spiel. Bis vor kurzem haben die sich auch nicht rentiert, weil die Zinskurve war inverse in der Fachsprache. Das heißt, man hat für kurzlaufende Zinsen mehr bekommen als für langlaufende. Das hat sich jetzt relativiert. Jetzt kriegt man für Langläufer wieder einen Tacken mehr, je nach Markt. Also über zehn Jahre zum Beispiel. Zum Beispiel zehn Jahre. Und das ist ganz interessant. Da muss man allerdings genau gucken, wie man sich engagiert. Man kann natürlich in einzelne Anleihen gehen. Das würden wir nicht empfehlen. Wir würden da auch eher auf diversifizierte Anleihenportfolios schauen. Man muss wissen, dass wenn man den großen, breiten Euromarkt einfängt mit einem, nennen wir es mal Anleihen-ETF, dann hat man auch die Laufzeitenrisiken. Wir wissen, Niedrigzinsphase, viele Emissionen durch Staaten, die haben sich langfristig finanziert. Das heißt, die durchschnittliche Laufzeit ist sehr hoch in diesen Anleihenfonds. Da muss man gucken, ob diese Risiken, die man da eingeht, für ein bisschen mehr Rendite sich lohnen. Ich meine, dass Unternehmensanleihen sich stärker rentieren für den durchschnittlichen Anleger in Anleihen, weil die Laufzeiten kürzer sind und der Zins ist noch besser. Deswegen Anleger, die da ein bisschen mehr Risiko nehmen, sollten durchaus auf Unternehmensanleihen schauen. Das ist die zweite Gruppe, deren Konditionen sich nicht zwangsläufig verschlechtert. Weil wenn die länger laufenden Zinsen wieder mehr bringen, dann ist das jetzt eine attraktive Alternative. Man muss aber die Risiken beachten. Wir haben einen Bereich noch gar nicht erwähnt. Der Zins, da redet man von Zinsanlagen. Aktien werden aber auch extrem vom Zins beeinflusst, weil das natürlich, der Zins spiegelt ja sehr vieles wider. Inflation, Wachstum. Wenn jetzt die Zinsen sinken, ist das ja gut für Unternehmen, also Aktien und Unternehmen, weil deren Refinanzierungskosten sinken, die haben vielerlei Vorteile durch tiefe Zinsen. Anleger, die jetzt wenig Aktien haben, die aber dem Thema aufgeschlossen gegenüberstehen, sollten sich überlegen, ihre Aktienquote zu erhöhen. Also das ist die zweite große Gruppe, weil es hängt wirklich alles am Zins. Alles, was wir als Investoren machen, hat einen ganz, ganz wichtigen Teil dieser Entwicklung, liegt im Zins begründet. Und das sind diejenigen, die ein bisschen mehr Risiko auch vertragen können. Wir haben jetzt noch ganz kurz Zeit, über einen Bereich zu reden, wo es zuletzt mit hohem Risiko verbunden war, zu investieren, nämlich Rohstoffe. Wie schaut es da aus? Zuletzt hatten wir da eine Art Hosse, also eine sehr gute Entwicklung mit niedrigeren Zinsen. Ist da Schluss und Schicht im Schacht? Also Rohstoffe sind eine Anlageklasse, die wirklich sehr hohe Risiken hat. Das haben Sie ja selber gesagt, wenn man die Schwankungen nimmt, das ist gar nicht mal so weit weg von Aktien. Wir sollten Gold vielleicht ausklammern, weil Gold ist eine ganz spezielle Anlageklasse für sich. Die würde ich jetzt von Industrierohstoffen separieren. Also Gold ist eine Anlageklasse. Man weiß nicht genau, ist es eine Währung, ist es ein Rohstoff, es ist ein Wertspeicher, sagen wir mal so. Und dann gibt es die Goldbugs, die unbedingt Gold haben wollen. Ist vielleicht nicht schlecht als Versicherung. Bei Rohstoffen ist es natürlich so, dass man da auf die Konjunktur schauen muss. Wenn ich jetzt die Konjunkturprognose habe, dass sinkende Zinsen die Konjunktur pushen, dann ist es theoretisch gut für Rohstoffe erstmal. Weil ja dann die Nachfrage steigt, die Industrieaktivitäten, die Wirtschaftsaktivitäten nehmen zu. Gut für Rohstoffe. Aber das hängt dann wirklich sehr stark von der Prognose ab und die Risiken sind nicht ohne. Und da einfach auch die wirtschaftliche Entwicklung immer im Auge behalten. Ali Massawa von Investor. Herzlichen Dank für diese Einblicke und die Tipps. Und so schnell kann eine Sendung rumgehen. Also wir warten jetzt hier nicht aufs Christkind, sondern auf die Europäische Zentralbank. Da wird es hier am Vormittag noch etwas ruhiger vonstatten gehen. Am Nachmittag können es hier größere Kursbewegungen geben. Das werden wir morgen nochmal sehen, was die EZB da gemacht haben und was das für Folgen mit sich bringt. Wenn wir hier alle ein bisschen schlauer sind. Wir werden uns morgen aber um ein ganz besonderes Thema kümmern, auf das ich mich jetzt schon freue. Es geht um die Ehe und wie man da ordentlich wirtschaftet und sein Geld auch zusammenhält. Sind zum Beispiel Ehen steuerlich noch von Vorteil. Und wir reden über das, was man im Vorfeld richtig machen soll, wenn man heiraten möchte mit einer Scheidungsanwältin. Und ich kann Ihnen ja schon sagen, das wird ein sehr lustiges Gespräch. Danke für Ihr Interesse. Für heute sage ich danke und tschüss. Vielen Dank.